Alter, jetzt bin ich mal gespannt und... Oh mein Gott! Ultra fett! Nein! Mal zwei! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, wir spielen heute einfach mal das erste Mal auf diesem Kanal Tollman Run und werden versuchen hier richtig, richtig fett groß zu werden. Ey, ich bin unnormal gespannt auf jeden Fall, wie weit wir heute kommen werden. Aber ich glaube, in der ersten Runde, Digga, bin ich schon mal rausgeflogen. Perfekt, Digga. Ich glaube, ich muss mich noch mal ein bisschen konzentrieren. Und dann werden wir noch mal neu rein starten. Okay, Leute. Zweiter Versuch. Wir müssen hier perfekt alles einsammeln. Und Digga, wie groß sind wir einfach jetzt schon? Aber wir sind doch gerade richtig dünn irgendwie, ne? So, zack. Boah, jetzt werden wir, glaube ich, hier zwei Hälften geschnitten. Und oh, das müssen wir perfekt einsammeln. Alter, let's go. Ich glaube, das war richtig perfekt. Und jetzt sehen wir auf jeden Fall mal, ich glaube, Level 4 haben wir jetzt easy geschafft, oder? Würde ich mal schätzen. Zack. Jetzt schauen wir mal. Und... Lol. Was? Das hat nicht geklappt. Okay, wir sind nicht ganz durchgekommen. Schade auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, Leute, wir tun uns mal hier so ein bisschen größer kaufen. Und, äh, ja, starten jetzt noch mal in das nächste Level. In Level 5 einfach mal rein. Boah, plus 300, Bruder. Alter, wir sind richtig dick geworden. Richtig krass hier. Oh, okay, zack. Dann hier mal zwei. Mal zwei. Und durch drei. Oh mein Gott, okay. Jetzt sind wir, Alter, wie groß sind wir, Bruder? Wir sind auch richtig fett hier unterwegs. Und... Ah, wie weit kommen wir? Wie weit kommen wir? Oh ja, wir haben es geschafft, Digga. Boom. Alter, wir sind zu diesem Riesentypen gekommen. Ey, richtig geil. Ich habe das ehrlich gesagt fast noch nie gespielt, das Spiel. Aber ich finde es gerade irgendwie ziemlich lustig. Oh mein Gott, wir haben hier, glaube ich, richtig fett Punkte bekommen. Und weiter geht es hier auf jeden Fall. Okay, hier können wir auf jeden Fall diese ganzen Sachen noch alle einsammeln scheinbar, oder? Lol, was... Oha, was ist das hier, Alter? Können wir das alles hier einsammeln? Size up. Machen wir mal. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Level. Level 6 jetzt auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, plus 15, plus 50. Und, Bro, was ist das denn? Oh mein Gott, wir können uns hier so... Oh mein Gott, wir müssen hier alles einsammeln. Oha, zack. Und jetzt plus 100. Let's go. Okay, jetzt... Boah, ich weiß nicht, ob das reicht mit, Leute, damit wir hier auf jeden Fall durchkommen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Aber, okay. Wir geben mal Gas, Leute. Mal schauen. Vielleicht schaffen wir es gleich nochmal zum Boss. Okay, weiter geht's, Leute. Oh mein Gott, wir wachsen hier richtig. Und wir dürfen jetzt nicht die minus 25 einsammeln, sonst werden wir richtig schrumpfen gleich. Oh, ich glaube, da werden wir auch schrumpfen, wenn wir die einsammeln würden. Jetzt sind wir auf jeden Fall ziemlich groß. Wir könnten das jetzt eventuell schaffen gerade. Ah, wobei... Ah, nee, 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 nee. Ich glaube auch nicht, oder? Oh, Digga, ultra knapp. Ey, fast hätten wir es gehabt. Okay, Leute. Nächstes Level jetzt auf jeden Fall. Oh, okay. Jetzt... Digga, wie fett sind wir geworden, Bruder? Oh mein Gott, ich bin hier richtig fett. Oh mein Gott. Oh. Okay, warte mal. Durch zwei. Oh, nee. Ich glaube, das war das Falsche. Wir haben, glaube ich, das Falsche hier eingesammelt. Oh nein. Digga, da muss man manchmal echt rechnen, wie ein Matheunterricht, Leute, einfach. Okay. Ja, hier vorsichtig durch. Bruder, wie fett sind wir? Junge, richtig krank. Aber ich glaube, das wird es leider nicht viel bringen. Hier, wir werden es nicht schaffen. Alter, Mann, ey. Das ist so schwierig. Nächster Versuch. Wir sind in Level 9, Leute. Und boom, Alter. Wir sind jetzt wieder gut gewachsen hier, würde ich sagen. Jetzt müssen wir... Oh, die müssen wir unbedingt bekommen. Die Bomben. Nein, wir sind in die Bombe rein, Bruder. Wie lost bin ich? Durch eins. Das ist besser, glaube ich. Ja, mal zwei. Okay, ich glaube... Ey, das war ein richtig schwaches Level. Level 9. Ey, es wäre übelst krass, wenn wir so bis Level 100 oder so mal kommen würden. Ja, okay. Das war richtig schlecht von mir. Nächster Versuch, Leute. Nicht in die Bombe rein. Dieses Mal muss ich es schaffen. Plus 100. Zack. Plus 10. Oh mein Gott. Hier sind so viele Sachen hier zum Einsammeln. Und natürlich lieber mal zwei, würde ich sagen. Ist besser. Alter, Junge. Jetzt. Oh, die hier alle einsammeln. Einfach mal so. Oh, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. Und Level 10. Ja, wir können jetzt hier noch extra Sachen gut einsammeln. Aber ich glaube auch, wir schaffen es nicht ganz, oder? Oh mein Gott, nein. Okay, Level 11, Leute. Plus 100. Bruder. Oh mein Gott, was passiert jetzt hier? Lol, wir schwimmen hier. Lol. Krass, wir sind hier einfach in so einem Pool gelandet. Und die Frage ist jetzt, wie wir das machen. Am besten jetzt hier durch so, ne? Okay, durch eins. Ja, das ist immer gut. Durch eins. Man kann ja auch anhalten und überlegen theoretisch kurz. Okay. Oh, das könnte klappen eventuell. Ja, Alter, wir sind richtig dünn. Aber wir haben es geschafft, Leute. Nice, okay. Nächstes Level. Plus 75. Das ist schon mal echt ordentlich hier. Und, boah, hier können wir richtig fett Sachen einsammeln, Leute. Oh, okay. Ich glaube, die dürfen wir jetzt nicht berühren, hier die Leute. Plus 125. Dann, ich würde sagen... Oh, hier einmal drüberjumpen. Boah, das haben wir richtig gut gemacht, Leute. Let's go. Level 12. Sollten wir auf jeden Fall auch geschafft haben. Sehr geil. Ich würde sagen, Alter. Ey, wir können ja mal echt versuchen, möglichst weit hier heute zu kommen. Mal gucken, wie weit es klappt. Und soll ich mehr Tollman Run hier auf dem Kanal bringen? Schaut mal rein, ob ihr das feiert. Ich finde es eigentlich sehr cool, um ehrlich zu sein. Macht irgendwie voll Spaß. Okay. Level 13. Ich würde sagen, einmal hier zack, hochjumpen. Und dann hier so... Oh, das müssen wir alles versuche mitzunehmen hier, Leute. Alter, wie weit sind wir hier gewachsen? Und dann natürlich das hier, ne? Also ganz klar, nicht hier diese komischen roten Teile. Und zack, Level 13. Auch easy. Das war ein sehr einfaches Level, muss ich sagen. Sehr, sehr einfaches Level. Aber auch hier sind wir leider nicht ganz bis zum Ende durchgekommen. Ich glaube, das schafft man ja immer nur, wenn man es perfekt macht. Okay, dann einmal hier drüberjumpen. Dann plus 50, würde ich mal sagen. Also stammeln wir uns mal hier ein. Und Alter, hier können wir auch nochmal perfekt dieses Teil hier nehmen. Oh mein Gott. Let's go. Okay, ey, aber ich muss gerade sagen... Digga, schaut mal, wie groß wir sind. Das sieht voll weird aus, Leute. Ich bin ehrlich. Ihm wird es gerade ziemlich einfach, ne? Also jedes Mal ein bisschen einfacher. Gefühlt, obwohl wir immer von den Levels vorankommen, Leute. Sehr weird, Alter. Okay, nächstes Level, Leute. Plus 100. Plus 15. Oh mein Gott. Jetzt bin ich mal saugespannt. Plus 15, plus 100, Digga. Alter, wie groß sind wir jetzt schon? Das ist ja... Oh nein, wir haben das Ding eingesammelt. Nein, Junge. Ich raste aus, Alter. Zack, einmal hier durch. Okay, da werden wir auf jeden Fall nicht bis zum Ende kommen. Plus 25 nochmal. Und minus 250. Nein! Bro, wie fett bin ich. Digga, ich bin einfach so ein kleiner, fetter Typ, Mann. Junge, ey. Das ist richtig lost. Ey. Gefühlt einfach 1000 Kilogramm jetzt eben gewogen. Sehr, sehr lost, Leute. Aber okay. Okay, Leute. Der nächste Versuch hier. Wir tun einfach mal hier diese ganzen großen Teile einsammeln. Jetzt werden wir nochmal dick. So, und jetzt müssen wir nochmal die, äh, dicken. Oh, Alter. Wir werden jetzt richtig fett, Junge. Oh, Bruder. Was geht jetzt ab bei dem Typen hier? Okay, ich glaube, hier können wir ja... Hier dürfen wir halt nicht diese Sachen einsammeln. Oh, ja, Digga. Alter, Junge. Oh, wie soll ich jetzt aussehen? Ich sehe aus wie diese Teile, die da so im Wind flattern immer. Vielleicht kennt ihr die, äh, diese Werbedinger. Oh, Alter. Jetzt haben wir richtig fett hier Punkte gesammelt, Alter. Das war ein sehr krasses Level, Leute. Sehr, 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 sehr nice. Oh, mein Gott. Und es geht weiter. Mal schauen, was jetzt hier krasser ist. Ich würde sagen, plus 150 ist gut. Plus 50 nehmen wir mit. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir die mal zwei hier mitnehmen. Alter, let's go, Digga. Okay, und jetzt zack, zack. Und hier einmal durch. Bruder, das haben wir perfekt gemacht. Level 17. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Und jetzt hier, ey, können wir richtig fett Punkte sammeln. Das werden wir auch schaffen bis zum Boss. Oh, mein Gott. Was? Wir haben es nicht geschafft, obwohl wir es perfekt gemacht haben. Level 18. Bruder. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Und einmal hier plus 15. Plus 100. Oh, jetzt müssen wir hier. Oh, mein Gott. Jetzt müssen wir hier richtig aufpassen. Aber das haben wir auch richtig gut gemacht, Leute. Level 18 sollten wir auch geschafft haben, oder? Ja, nee. Das schaffen wir nicht bis zum Ende. Oh, jetzt wird es, glaube ich, richtig schwer so langsam, Leute. Wir haben hier einen richtig krassen Parcours. Zack. Und einmal hier jetzt durch. Dann plus 125. Nochmal plus 125. Oh, mein Gott. Und gleich nochmal plus 150. Alter. Und dann nochmal. Wir nehmen minus 150. Ja, das ist so solide, oder? Das ist, glaube ich, echt solide hier in Level 19. Oh, mein Gott. Okay. Und, 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 und. Er wird immer dünner, er wird immer dünner. Nein, wir haben es nicht geschafft. Was? Alter. Direkt plus 250. Und alter, lol. Wir haben es perfekt durchgeschafft. Jetzt nehmen wir nochmal hier die ganzen... Boah, Junge. Wir sind viel zu dünn, um das einzusammeln. Junge. Das ist ja richtig lost. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall durch die Mitte. Das wäre auf jeden Fall schlauer. Ja, ey. Das haben wir perfekt gemacht. Besser geht es kaum. Natürlich hätten wir jetzt mehr von diesen, äh, Juwelen da von den Lilanen einsammeln können. Mensch, weiß nicht, wie die hier heißen in dem Spiel, aber... Nein, auch nicht geschafft, Bruder. Okay, jetzt bin ich mal saugespannt. Bruder, plus 50 nehmen wir. Alter. Oh, wir haben beide eingesammelt. Das geht. Ach, man kann auch beide einsammeln, lol. Hätte ich das von Anfang an gewusst, Junge. Okay. Bruder, ich raste echt gleich komplett aus. Bruder, warum wusste ich das nicht, dass man das beides einsammeln kann, wenn das nebeneinander ist? Puh, ich bin ein absoluter Noob, Leute. Aber ich sage euch, ich werde hier noch Expert in diesem Video. Okay, also es bedeutet, wenn ich... Oh mein Gott, wenn ich in die Mitte gehe... Bruder, hätte ich das gewusst, warum sagt mir das keiner, Junge? Alter. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich so oft nicht ganz ans Ziel gekommen bin. Weil hätte ich das gewusst, Junge, das hätte alles geändert. Nein. Okay, egal. Das werde ich safe nicht schaffen. Oh mein Gott, ich bin ja richtig lost, Mann. WTF. Okay, aber Level 22 sieht auch sehr, sehr gut aus. Und weiter geht's, Leute, Level 23. Boah, ich will jetzt... Ey, ich will jetzt mal so in einem Level so richtig fett werden. Ey, da habe ich richtig Bock drauf. Wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen. Alter. Okay, warte, die greifen mich jetzt hier alle an. Zack, dann einmal hier durchrennen. Wir greifen nicht an, Leute. Wir sind ein friedlicher Mensch. Und jetzt, zack, einmal hier rüberjumpen. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, nein, schade, nicht ganz geschafft. Trotzdem sehr geil. Okay. Plus 50. Alter, okay, jetzt... Ich glaube, das ist ein Level, wo wir richtig groß werden jetzt. Das ist aber ein wirklich krasses Level jetzt. Okay, jetzt sind wir noch mal ein bisschen fett geworden. Zack. Die tun wir alle mal ignorieren hier. Und nice. Sehr, 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 sehr nice. Okay, Leute. Wir kommen gleich dann auch schon sogar zu Level 25. Das ist schon echt ein Wort. Ich glaube, oh, wir haben es geschafft, Leute, zum Boss. Boom. Boom. Zack, Alter. Let's go, Mann. Wir haben jetzt hier einfach mal hier diese Piratenumgebung freigeschaltet oder so. Und, Alter, Junge, jetzt werden wir mal richtig fett hier, Leute. Jetzt werden wir hier mal richtig fett. Junge, plus 100 mal 3. Okay, und jetzt... Warte, wir müssen jetzt kurz abwarten. Eine, die bewegen sich nicht. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall durch. Oh, mein Gott. Let's go. Sehr nice, Mann. Sehr, 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 sehr nice, Bruder. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ey, das ist auch eine sehr nice neue Umgebung. Ich habe es nicht ganz geschafft. Schade auf jeden Fall. Level 26. Und, Bruder, jetzt bin ich mal gespannt. Also, wir werden auf jeden Fall mal gleich schauen, wann hier so diese krassen Level noch kommen. Alter. Oh, mein Gott. Wie groß bin ich, Bruder? Alter, jetzt bin ich mal gespannt. Und, oh, mein Gott. Ultra fett. Bruder, nein. Ich habe... Bruder, ich wurde hier richtig hops genommen am Ende noch. Aber, Alter, wie krass fett war ich am Ende eben. Junge, komplett krank. Deswegen haben wir es ja auch wieder zum Boss geschafft. Let's go, Junge. Übelst nice. Okay. Nächstes Level. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, ich finde, das Begeben bockt richtig, Leute. Ich bin ehrlich. Okay, warte mal. Durch 1. Das heißt, wir bleiben so, wenn man ein bisschen Mathe kann. Okay. Oh, mein Gott. Wie groß. Und jetzt durch. Und jetzt durch 2. Natürlich besser. Besser durch 2 als durch 3, sage ich mal so. Und einmal hier, Bruder. Ey, ich glaube, so groß waren wir noch nie am Ende. So groß waren wir, glaube ich, noch nie am Ende. Ui, nice. Wir haben es auch wieder bis zum Boss geschafft. Let's go. Level 28, Leute. So, ich bin mal gespannt. Einmal hier. Zack. Und... Oh, ja. Perfekt. Alles hoffentlich einsammeln. Yo. Okay. Plus 100 haben wir gleich. Yo. Okay. Ist okay, würde ich sagen. Hier für Level 28, Freunde. Ja. Schaffen wir es bis zum Ende? Ich glaube sogar, ja. Nein. Bis auf 1 hätten wir es geschafft. Okay, Leute. Level 29. Jetzt wird es hier ein bisschen schwierig. Wir müssen perfekt die Pfeile einsammeln. Ihr seht das. Alter, das ist voll schwierig. Die Steuerung. Junge, wie groß sind wir? Junge. Ey, übelst nice. Wie dieser Typ einfach aussieht. Das ist sau witzig. Bin ich ehrlich. Ja, okay. Schaffen wir es bis zum Ende? Ja, wir schaffen es sogar. Ey, wir sind sogar noch relativ... Äh, ja. In Normalform, sage ich mal, ne? Okay, Leute. Plus 250. Ah, wir hätten beide einsammeln können gerade wieder, ne? Ich vergesse das immer, dass das geht. Man kann ja auch beide gleichzeitig so einsammeln. So, minus 25 nehmen wir jetzt mal. Und hier haben wir es perfekt durchgeschafft. Okay, ja. Jetzt müssen wir einfach nur noch aufpassen, dass wir hier nicht diese Teile erwischen. Und dann sind wir echt ziemlich groß am Ende angekommen. Und bei Level 30, zack, Alter. Oh mein Gott. Let's go. Richtig gut, Freunde. Und jetzt nochmal hier alle Teile einsammeln. Ich glaube, wir schaffen es aber nicht ganz bis zum Ende. Nein, da ist der Kopf abgefallen. So, Level 31. Leute, wir sehen schon, hier gibt es wieder diese Pfeile zu holen. Jetzt wieder hier einmal drüberjumpen. Perfekt. Nicht in die Bomben rein. Nein, ich bin in die Bombe rein. Wie lost kann man sein. Bruder, ich bin komplett fett. No. Bruder, ich bin so ein 1000-Kilo-Typ. Okay, Alter. Ja, das werde ich aber auch nicht überleben. Da hat die Diät ein bisschen zu arg gekickt, Leute. Level 32. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier das Level bestehen. Gleich kommt so eine Weltkugel bei diesen Leveln, habe ich gesehen. Die will ich unbedingt nochmal gleich erreichen. Plus 25. Ja, das war jetzt nicht so ein krasses Level. Aber auch hier haben wir auf jeden Fall das Ziel erreicht. Und jetzt haben wir die Weltkugel hier freigeschaltet in Level 33. Sehr, sehr geile Sache, Leute. Alter, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier schaffen. Mal eins. Bleiben wir einfach so, ist ja klar. Dann nochmal hier plus 100. Bruder, Junge. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin echt gerade größer als diese Weltkugel. Einmal nochmal hier jumpen. Dann nochmal. Zack. Durch 3. Müssen wir leider mitnehmen. Oh nein. Okay, Leute. Aber Alter. Nicht schlecht, Alter. Auch diese Umgebung sieht übelst nice aus. Bin ich ehrlich. Sehr, sehr krass. Ja, Leute. Das war die erste Folge von Tallman Run. Wenn ich weitermachen soll ab Level 34 der nächsten Folge, dann lasst mal ein Like, dann kostet das Abo. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Mal. Mal.